Oh! 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 Guck mal, leid, der Murmeln! Oh, okay. Ähm. Ja. Hm. Ja. Hm. Ja. Hm. Hm. Bin ja mal wieder super, das läuft ja klasse. Ich bin nur grad überfragt, wo ich hin muss. Kyle, would you please be so kind? Can you please help me? Kyle? Kyle! 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 Kajal! Kajalstift! Ich lauf jetzt so lange im sauren Regen rum, bis irgendjemand was macht. Okay, now, okay, I'm sitting here now. No, I can't pass through. Ähm, maybe I have to... I have to... Can I please? No, it's not working! Okay, now it's working. Exploding? No, it's not working. Uh-oh. Uh-oh. Jane, would you please heal yourself? Oh, shut up! Why is she not healing herself? Did I miss something? Oh! Oh, you stupid idiot! Don't stand in my way! Okay. Okay, now. Ähm. Ähm. First, I have to save my... Oh, verdammt, jetzt rede ich schon wieder Englisch. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt muss ich hier wieder, weil ich ein Rückkopplungsgeräusch hatte, Monitor-Audio wieder einschalten. Äh, ätz. So. Ätzende Regen ist ätzende. Ätzende. Okay, okay. Auf jeden Fall war's dann hier... Aha, da drüben vielleicht. Ach so, der Weg war ganz offensichtlich direkt vor meiner Nase und ich hab's nur nicht gesehen, weil... Bist du jetzt hier richtig? Ja. Moment. Verdammtes Monitor-Rückkopplungsgeräusch. So laut schreie ich doch gar nicht da rein. Äh. Okay, geh weiter. Entschuldigung, Meister. Ich hab den Weg nicht gesehen. Der war so braun. Oh. In Deckung! Wohin? Bitte in Deckung, weil... Jetzt werden Sie uns erwarten. Ja, das ist äh, Schande. Okay. Wir müssen uns den Turbolaser holen und den Bomber ausschalten. Wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? Meister! Scherz, was? Scherze gar nicht. Ich fand's nur witzig. Könnte ich irgendwas machen? Der geht auf mich. Echt? Nee, ich hab ihn zuerst gesehen. Das war mein Gegner. Bleib nicht stehen! Nein! Ich bleib nicht stehen. Stirb. Oh, knapp. Wieder ein Stoßgewehr gekriegt. Zurück ins Stoßgewehr! Vielleicht sollte ich ab sofort nur noch mit diesem Stoßgewehr kämpfen? Ich glaube, das ist wesentlich spannender. Ah, jetzt nehme ich das Stoßgewehr. Ich weiß nicht genau, wie es sich auspressen lässt, aber... Das sieht unglaublich spassig aus. Ich sorge jemand. Hallo? Ich sehe nichts. Dann gehe ich hier mal weiter. Ah, hier geht es nach oben. Was geht hier so? Was? Wer ist hier? Wer hat gelacht? Ich bewege mich nicht. Meister! Meister! Ah, Meister! Meister! Dann kämpft Meister und ich schieße. Pam! Ah, das hat Spaß gemacht. Das ist sehr witzig. Warum schießen die auf dich und nicht auf ihn? Stirb! Meister, würdet ihr bitte aufhören, auf meinen Kopf herumzuspringen, ja? Das wäre sehr schön. Danke schön. Ich habe gesehen davon, dass ich gerade fast tot war. Aber das ist mir egal. Meister. Hallo, Meister. Habt ihr nicht zufällig einen Hilfspack für mich, Meister? Nein? Habt ihr nicht? Ah, finde ich es nicht schön. Okay. Okay. I just heal myself. Ah, now I'm full of energy. I have to save my game. Spicer! Ah, wir haben das Spiel gespitered. Arbeiten Sie sich zur Brücke durch unsere Regen vor. Arbeiten Sie sich bis zur Schutzstellung vor und zerstören Sie die Bomber. Ah, okay. Wo ist der? Ich sehe nicht. Merkwürdig. Ah, na, na, na. Oh, wir liegen überall Waffen rum. Hehehehe. Lalalalalalalala. Oh, es hat abwürgenwürgenwürgenwürgen. Ja, ist gut. Wir sind überall Waffen. Wir sind Markwaffen. Die Tür ist rot. Also müssen wir in diese Tür gehen. Die Tür ist grün. Ah, es macht die Farbe grün. Der geht auf mich. Ja, echt? Okay, gut. Oh nein, jetzt habe ich ihn vor dir getötet. Das tut mir leid. Wollte ich nicht. Oh, der ist auch tot. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Hier ist ja niemand. Der geht auf mich. Oh, jetzt habe ich... Oh ja, Meister. Viel Spaß, Meister. Hey. Hey, hört auf mich zu ignorieren. Ich bin auch ein Gegner, dem man gekämpfen kann. Ich bin auch wichtig. Hört auf mich zu ignorieren. Mein Meister ist schlecht. Ich habe sie mit zwei Schlägen besiegt. Und der steht die ganze Zeit daneben und denkt... Ich habe Angst. Nein, natürlich nicht. Kyle ist ein ganz toller Jegus. Sollte nicht so viel motzen. Ich glaube, Kyle lacht jedes Mal so ein bisschen wahnsinnig. So von wegen... Oh, ich führe bei dir die dunkle Seite der Macht. Hehehehe. Okay. Oh, ah. Isak, ja. Oh, no! I'm dead! Oh, who could that be? Glaubst du... Glaubst du... Abgewirkt. Oh, not again. Please. Would you please be so kind? Oh, no. Okay. I'm a firing my laser plan. Was siehst du denn da? Hallo. Hallo, ja. Oh, hör auf mich anzustehen. Das ist unheimlich. Okay. Gleich bin ich aufgeladen. Gleich bin ich aufgeladen. Und... Geronimo! Du, 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 du. Ich bin Jane. Ich bin so cool. Ich laufe durch ätzenden Regen. Der ist voll ätzend, Mann. Ich bin auf der dunklen Seite, doch niemand weiß es. Ups. Entschuldigung. Woll ich nicht. Das war schon so. Wollte ich nicht. War keine Absicht. War nicht böse gemeint. Ich glaube, ich speichere mal hier drin. Das ist vielleicht ein bisschen produktiver. So eine Schnellspeichertaste wäre toll, aber die habe ich irgendwie noch nicht entdeckt. Hallo. Ich bin's. Jaden. Hui. Au, 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 au. Oh, ah. Huha. Hi, huha. Stirb. Stirb. Sitz. Was hab ich denn drauf? Ich hab ganz viel drauf. I'm a firing my laser sword, baby. Zapau. Ich dachte, die Jedi wären. Ich dachte, die Jedi wären arg. Ja, ist ein Machtglitz. Moment, gleich ist er wieder. Oh. Es ist ein packendes Duell. Meister Katan gegen den kleinen roten Sith. Unglaublich, wer wird gewinnen? Die Laserschwerter wirbeln so durch den Raum. Ich kann es kaum glauben. Ein eindruckendes Battle. Unglaublich, wie Meister Katan wieder seinen Spezialangriff verwendet. Und Jaden kommt mit ihren Machtblitzen. Und entscheidet den Kampf für die gute Seite. Und da hat wieder mein Mikrofon übersteuert. Monitor ein. Dankeschön. Vielleicht auch gleich mal speichern. Schon wieder. So, Meister Katan, wir müssen nur einen Moment aufwachen. Äh, ich meine, äh, äh, äh. Reden ist schwierig. Wir müssen nur einen Moment aufpassen. Warten bis, also jetzt. Ne? Nichts klar. Lalalalala. Oh. Oh, das wollte ich gar nicht. Lalalalala. 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 Ha, 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 ha. Oh, ich habe niemanden getroffen. Jetzt aber. Okay. Lena noch. Warum schießen die alle aufs Milch? Kann ich die bitte alle mit einem Schlag besiegen? Geht das? Geht das? So, Meister Katan. Und was habt ihr getan, um mich zu retten? Gar nichts. Dankeschön. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Meine Fresse. Bist du ein toller TPU. Ja, da können wir wieder warten, bis ich mich geheilt habe. Nein, ich möchte nicht unvorbereitet in die nächste Gegnerhorde rennen. Lalalalala. Also, ich meine, so in dieser Art und Weise meinte ich das natürlich. Ich heile mich. Ach, Schäden hat sich geheilt. Nein, da ist schon wieder eine Rückkoppelung. Wisst ihr was? Ich schalte jetzt Schutz für Rückkoppelung aus. Es wäre doch egal, ob ich eine zu lauter Tanne meine A-Ähre oder meine eigene Stimme die ganze Zeit. Ich kann nicht spielen ohne Money, doch auch die A-Ähre. Ich muss meine eigene Stimme selber hören. Moment. Ich muss speichern. Ich habe Angst. Eventuell könnte dort vor uns wieder so eine Frikantellerschlempel warten. Der Rancor. Oh nein. Ich habe 50 Pfund auf den Rancor gesetzt. Ich habe ihn nicht mal töten dürfen. Hallo? Hallo? Niemand? Hallo? 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 Er hat mich ignoriert. Das mochte ich nicht. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Okay. Der Turbolaser sollte auf der anderen Seite dieser Tür sein. Super. Verschlossen. Das sieht man doch schon von Weitem, du Idiot. Da hinten war ein Kontrollraum. Warte hier und sag mir, wenn ich sie offen habe. Äh, okay. Oh, hallo. Wer bist du denn? Hallo? Ja, was bist du denn? Ja, was bist du denn für süßer Kleiner? Hallo? Oh, du bist ja niedlich. Oh, du bist ja süß. Okay. Okay. Ist gut. Ja. Hast du Aggressionen oder so? Wie geht's dir? Hallo? Hey. Kannst du mit mir nicht mal ein vernünftiges Gespräch führen? Hat das weh getan? Wie gut bist du denn wirklich? Weiß ich nicht. Oh, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Au. Du Arsch. Oh, was hast du denn jetzt gerade? Warum leuchtest du im Dunkeln? Ey, ich will auch im Dunkeln leuchten. Krieg ich das auch, wenn ich auf der dunklen Seite in der Macht bin? Kann ich dann im Dunkeln leuchten? La, la, la. Ups. Au. Oh, jetzt hab ich's kaputt gemacht. Uh. Naja. Passiert. Ist alles okay? Das war's, Kai. Ich geh rein. Ups. Bin gleich da. Okay. Schön. Ja, Moment. Der war witzig. Ach, der war's jetzt. Ach, war der niedlich. Ach, ja. Oh, jetzt ist er weg. Hm, merkwürdig. Hm, wie ist das denn passiert?